Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieltipps für Gamer. In diesem Video machen wir alle Tiere, Zoologe und unter die Haut fahren und warum das Video so klein ist, ganz einfach, es gibt auch nur drei Tiere pro Video, denn ich möchte nicht, dass jemand ein Video, das eine Stunde dauert, anguckt und daran verzweifelt. Zweiter Punkt, wenn du zum Beispiel nur ein Tier suchst, wie zum Beispiel jetzt hier, sagen wir mal, ein Alligator, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn du ein Tier nur suchst, dann suchst du nur dieses eine Tier und nicht 10.000, 100.000 von Tieren, deswegen nur drei Tiere pro Video, schau dich einfach in der Playlist um, dort sind alle Videos und am Ende wirst du alle Tiere haben. Noch ein psychologischer Tipp, mach pro Tag nicht mehr als drei bis sechs Tiere, damit du keinen Abfuck bekommst und dann wirst du es auch wirklich durchziehen und am Ende kannst du stolz sagen, ey, ich habe diese beiden Erfolge, an denen die meisten Leute gescheitert sind, weil das einfach zu lange dauert. Ja und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit den drei Locations, viel Erfolg, fang die Tiere und halte durch. Ja und dann wünsche ich dir, wie gut, was ich eben einen schönen Tag. Ja und dann wünsche ich dir viel Spaß, weil ich bin, wie ich es noch einmal telefonisch habe, sprüche ich, ab, die bin ich jedem desses ausgeschehen. Ja und ich Durfte, wer mir 5, 30.000 von Tieren zeichern sowas, die ich selber habe, denn ich habe diesen Tag zahsen ausgedeckt und was mir nämlich nur überrascht, ich bin ich sage, wie ich bin und was ich nicht schön krank, würde mich nur nicht überrascht. Ich glaube, wenn wir einen Tag zahsen, dann auch überraschen, dann mich nicht überrascht, werde ich mich überrascht, weil ich es also sicher. Ich kann ja und mich überrascht, dass ich's dabei drüber, dass du bei, was du zu einem weißen Tag. In der Videobeschreibung findest du den nächsten Teil, die nächsten drei Tiere, die auf dich warten. Denk auch dran, den Kanal zu abonnieren und uns einen Daumen hoch zu geben, damit wir weitere Monsterprojekte für dich machen. Untertitelung des ZDF, 2020